Zum dritten Mal Da könnt ihr sehen Da geht es zu In der Beschreibung könnt ihr dann sehen Für Fortnite Da geht es dann zu dem Razer Chick oder zu Thomas Heinze Was? Ähm Und ich bedenke mich auch wirklich bei euch Bei meinem 13 Sekunden Video Hashtag GamerForever Was 405 Aufrufe hat Den Aufrufe Aus mein erstes Das hat 30 Aufrufe Und das für Flex Das sind Dings Sachen die gerade im Shop sind Sowas darf man keine V-Bucks sparen Ich weiß Ich freu mich Und ich bedanke mich sogar Und ich bedanke mich sogar Ich bedanke mich sogar für meine Zuschauer Ganz sicher? Ja ich bin live Ja dann geh mal auf meinen Accounts Weil ich dir ja Ich hab ja den neuen Stream grad gestartet Oh ja? Ach sei ruhig Nicht im Stream Du weißt schon das hört man noch in deinem Stream Oh ja? Und ich dachte dein Stream ist mir nicht speziell für Kinder Thomas Ich muss gleich essen Kinder Hust Also ich glaube ich ich die Runde und da komm ich Da komm ich Für Fortnite Die Qualität der Internetverbindung reicht derzeit nicht aus, um das Spiel zu übertragen. Ja, leck. Also, falls der Streaming-Guard abschmieren sollte, ich habe... Das wären jetzt drei Videos dann schon mal. Innerhalb eines Tages. Wir fordern derzeitiges Stream. Ja, direkt am Anfang übertreib halt. Wir werden sterben. Ja, ich muss essen. Was bist du für ein Mensch? Ja, ich gehe ja nach der Runde, deswegen gehen wir ja lazy. Ich dachte, deswegen gehen wir ja lazy. Du bist der Adagust, der Figo. Ivan direkt tot. Ich sag noch, lazy ist kein guter Ort. Du bist eine Botlist. Lazy, neu ist Hilted. Neu ist Hilted? Aber schon lange. Halbwegs. Da ist der zweite Tod. Sieh schon. Besten Idee war es doch mal, hier den Lazy zu nanken. Äh, Thomas. Mensch. Hilfe, ich habe hier ein paar Gegner. Ja, kein Metz. Ja. Ey, ich bin tot. Er tot. Ich glaube, also ich, 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 ich bin ein Essen. Weil das Spiel laggt. Das Stream laggt auch. Alles laggt. Ich verpiss mich schon mal von Lazy. War hier für Great Time. Also ich lefte dann in die Lobby und ich bin Essen. Ich glaube, ich mache nur noch diese Runde live und dann. Ich glaube, es ist nur noch diese Runde live und dann. Keine Ahnung. Es kommt halt darauf an, wie lange das Stream noch laufen kann, ohne dass er abschmiert. Ich bin aber live. Man sieht sogar im Livestream, wie ich gerade eine Lama aufgegessen habe. Okay, ich bin weg. Da sind vier Gegner. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich entferne mich von ihnen. Ich bin weg. Ich habe nicht mehr irgendeinen Geist gesehen. Hey Lex am Start Ich stelle fort und live streamen gar keine gute Idee Jaaa Äh, lasst er durch Ihr seid schon vorher gestorben Okay, was machen wir dann? Crea Geben wir auch unbedingt ein Headset Nur wenigstens Handy Kopfhörer mit einem Mikrofon Geht ja auf das Switch, ich habe es schon mal gemacht Was? Unsicherheit ist nur erkauft Ja Ja Was weiß ich? Und du hast gerade den Felskin Bei mir Bei mir Speer wird er da nicht Ah, ich glaube ich nehme mal wieder den hier Eben soll mal bereit machen Du weißt schon er hört dich nicht Müssen Bei mir bin es einfach nur ich Ekelhaft 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 Ich bin schon in der Kampffläche drinnen Geht's Tja Was? Was? Wer? Spanien Ey was ist das? Ja Iwan der grausame Iwan der Schreckliche Hehehe, ich finde es raus Ich sehe da eine Pyramide Hallo, mein Freund Hat man einen Hängegleiter? Yes Bam, bam, ba-da-bam-bam-bam Hehehe, was? Boom Kann ich bauen Junge, mein Spiel laggt Ich habe 91 abhängig, 93 abhängig Das sieht man sogar im Stream Das ist laggt Kann ich was dafür, wenn es laggt? Ja, bestimmt Was? 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 Wenn es jetzt nicht die allerbesten sind Was? Was? Mein Treppenlos Ey, wieso lag das so? Was ist los? Der 80er ping, warum? Fortnite erklärt mir das Ey, nex Was? 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 Ich verlasse den Baumodus Nein, ich habe immer noch Ich bin immer noch Ich baue immer noch gefühlt Ich habe immer noch eine Sekundärwaffe Auch wenn sie nicht erlaubt ist Sekundärwaffen sind eine der wichtigsten Es gibt sonst keine andere MP Oh nö Was? Was? graduation Was? Was? St Was? Was gods Huch, hab ich gesagt. Ja. So ungefähr. Ich weiß, es lagts. Thomas, zeig Babykopf. Hey, meine Treppen. Warum? Treppen. Was? Das nennt man halt Glück. Leckt mich. Oh, ne andere Sägi. Ah. Jetzt hab ich was gemacht. Ey. Fortnite. Pass mich hier raus. Hola, ninho. Hahaha. Haha Genau, deswegen mach ich das. Ey, mein... Ey, was ist so... Fortnite? Anzeige... Anzeige ist da. Ich hab Lecks, Thomas. Lecks sind auch nicht gerade fair. Ja, hui. Es laggt. Man kann auch im Streamen sehen, es ist lagged, Thomas. Doch, ich streame. Ich bin die ganze Zeit live. Ja, es ist lagged vor dir, Thomas. Er killt mir den Steal. Nice, Thomas. Thomas, nice is Deutsch. Er killt mir den Steal. Thomas, er killt... Du killst mir auch einmal die Steals. Boom! Machst du nichts. Boom! Boom! Ui... Boom! Oh man! Na komm her! Komm her, dann weißt du es! Was ist das denn? Nee! Was ist das denn? Na komm her und dann weißt du es! Der kommt dann aus. Deserve you. Ey, ich kann nicht schießen Jetzt steht da niemand Spiel, hör auf zu laggen Thomas, jetzt kannst du uns anschließen Jetzt kannst du nicht uns anschließen Er ist wieder unten Pow Jetzt ist er wieder hier oben Das ist jetzt schon Kannst du nicht sch催 Oh Mann! Okay, wir sollen uns zeigen. Boom! Boom! Du hast mich getroffen! Hast aber dann doch nicht getroffen. Hast dann aber doch nicht getroffen. Ja, Mann! Nicester Glitch! Yeah, boy! Boom! Okay, der war gesessen. Der hat gesessen. Woher willst du wissen, was ich mache? Thomas? Hä? Hä? Vielleicht ändere ich nur kurz meine Waffe. Hä? 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 Vielleicht? Hä? 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 Yeah, boy! Hast du nicht getan. Boom! Pow! 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 Tschö! Scheiss Wix! Genau! Du hast eine Taktiker! Wow! Boing! Was? Jetzt kommt direkt der nächste Thomas, ne? Jetzt kommt direkt der nächste Thomas, ne? Ne, du tust nur so, weißt du. Ne, du tust nur so, weißt du. Alter! Ist doch nicht der Ping! Ey, Lauf! Wow! Hey hey, Boi! Ich mach sie! Ey, mach ich schon. Oh! Yeah, Boi! der hätte hat es hat es hat es hat es nie hat es macht es kettis kettis das war iwan ich weiß im botten 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 funktioniert nicht thomas warum haben auch kein boom was sollen wir denn was sollen wir denn machen was willst du denn was dass wir fair machen was denn ja was normal spielen wie normal spielen schon darüber nachgedacht dass wir es gar nicht wissen ich sag doch ein bot es kommt er mit minigun ich predigte es schon voraus ich weiß es thomas kommt mit einem minigun ich sehe es schon ich predigte es schon voraus jetzt sollte sich auch noch hier schon mal darüber nachgedacht dass wir nicht wissen ja nein überhaupt keine mini gar nicht nein gar nichts karma wenn man kamer thomas wenn du mal uns mal sagen würde das was sie machen müssen damit wer ist in anführungsstrichen und darüber nachgedacht dass wir es auch genau du mal sowas nimmt man kamer ist doch aber so aimbot 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 komm schon aimbot 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 wieso funktioniert aimbot nicht muss jemand sagt nicht mir er greift mich nicht an ich greife ihn nicht an das musst du ihm sagen nicht mir wenn er mich angreifen würde hätte ich ihn auch schon länger lange angegriffen du läckst auch ich hätte ihm fast getroffen Zipper, dann greife ich dich an, Kappa Thomas, wenn du willst, dass ich und jemand uns gegenseitig angreifen, ja, dann musst du es ihm sagen Sagen, er mich nicht angreift, greife ich ihn auch Boom Nein, die sind da Nehnt man halt Pumpgun-Skills, Thomas Nehnt man halt, sowas nennt man halt Pumpgun-Skills Und sowas hast du nicht, wie es aussieht Ey Spiel, aufzulegen Ja, 140er Pinken Wohin liegt das bisschen Bize Keine Ahnung Als krönenden Abschuss, komm schon Wen soll ich als krönenden Abschuss von euch beiden killen Okay, nicht dort unten Verdammt Das krönende Abschuss, Thomas Ich werde es ghostet Aber übelst krasser Ja Ich weiß, dass ich als krönenden Abschuss mache Darf muss ich kurz die Waffe wechseln Nee, das schon nichts Thomas, ich bin nicht du Ja, ich wurde, ich wurde auf dem Boden, äh, zum Boden gepackt Hallo Fortnite, was geht ab bei dir? Server kaputt oder so? Kommt Server sind short, kann das sein? Ah, da ist sie Nico? Jason Grüße gehen raus an dich Wieso? Ich wollte um und um haben Ah Ja Okay, der hat gesessen Der hat gesessen Jetzt muss ich nochmal so einen machen Komm schon, als krönenden Abschuss Wir sind gerade auf einer PvP-Map Oder sowas ähnliches Ja, doch, PvP Können wir machen Ey und Ivan, falls du mich hörst Das ist für den krönenden Abschuss als, äh, für den Stream Oder Thomas, man hört ihr mich doch auch in deinem Streamer Nico, du hättest genau ausgepackt Ey, Lex Für wenigstens einen so einen Kill machen Nico? Nico, mal und hat mir so Huch Haribus mitgebracht Und sie hat mir sogar mein Haribus mitgebracht Welche sind das denn, bitte? Äh, das sind diese normalen Haribus mit diesem Fruchtgeschmack da Thomas, ich weiß, dass ich nenne, ich hab einen 100er Ping Na wunder Nein, komm schon Ich will wenigstens einen so einen Kill machen Ich hab's aber schon mal geschafft Mit der Pumpkan von oben Was denn? Mit der Pumpkan von oben Todesengel von oben Junge, Thomas, lass mich doch bitte nach oben Ich brauch diesen krönenden Abschluss Also welche Waffen machen wir nicht? Was weiß ich Christ, Minigun Jägermeister Junge, warum? Wieso treffe ich auf einmal dieses Mal gar nicht mehr? Okay, der ist mal getroffen Nein, dummers Nex Lex, aber komplett Alter, Lex Also hier drinnen kann man nicht schießen Junge, warum? Ja! Okay, dann mach ich doch mal so einen. Aber dann lass mich wenigstens, dann lass mich wenigstens nach oben kommen. Jetzt vor allem ist es schwieriger mit Lags als ohne, gefühlt. Hallo Bauern. Ich hab 140er Ping. Jetzt gerade sogar ein 250er. Warum? Erklärt mir das. Dann kommt so ein Jason von oben. Dein Name-Tag wird gar nicht gezeigt. Warum? Erklärt mir das. Erklären Sie mir das. Na doch jetzt. Junge nein 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 bitte nicht. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Hallo? Warum? Jason, warum? Ich bin kein Five-Fat. Boom! Oh, der ist ars. Fast. Oh, der ist ars. Ich will doch einfach nur den grünen Abstand für Streamende. Was weiß ich? Ich möchte die Dokumenten snipen. Boom! Boom! Ich weiß. Aber... Wie? Hätte ich den gehitet, dann hätte ich dir sowas von ausgelacht. Hättest du den gehitet, hättest du ihn gehitet. Lolle. Junge, warum? Ich will doch nur nach oben kommen. Äh. Ja, und ich muss nachladen. Ich hab jetzt nicht gedacht. Hast du immer noch einen Stream on? Äh, bist du immer noch live, Thomas? Ich hab einen eigenabhängigen Digga. Hast du zuhör gewollt? Weil du wahrscheinlich gar nicht streamst. Doch, schon. Ja. Guck doch einfach nach oben. Feinfeldattacke! Boom! Ich hab wenigstens wieder die Pump. Ich muss zu reden. Ja. Oh, ich kann ich halt nicht mehr hören. Ich zieh schon etwas Gabe ab. Jason, du wurdest von Ivan gekillt. Ach. Egal, also ich geh jetzt nochmal ganz nach oben. Verabschiede mich von meinen Zuschauern und der Stream geht off. Also kurz nicht töten. Ivan, der Schreckliche. Ey! Das war Ghost, aber mal anders, Jason. Ich hab dich was gehitet. Der war getroffen. Der hat dich gehitet? Ja! Das war ein Ghost, ist aber mal ganz anders. Sei fröhlich, dass ich dich nicht gehitet habe. Du hast mich gehitet. Dann wärst du tot. Also ich würde mal sagen, das war's mit dem Stream. Auf Wiedersehen. Habt ein gutes Leben, werdet nicht krank. Und abonniert mich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Abonnierst mich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Müsst ihr aber nicht unbedingt. Wenn es euch gefallen lasst, könnt ihr ein Like da lassen. Wenn nicht, ein Dislike. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.